Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Wir sind mal wieder in der Luft, außerplanmäßig sozusagen, denn Urlaubstage sind bekanntlich begrenzt und so sind wir, mein Freund Burkhard und ich, heute nur zu zweit unterwegs. Die Wetterpropheten versprechen uns drei bis vier Tage schönes Wetter in Nordfrankreich und das ist die Gelegenheit, zwei Stationen in der Bretagne zu besuchen, die in 2022 leider hinten runtergefallen sind. Das ist einmal die Stadt Saint-Malo und zum anderen die Insel Ouessant. Damals mussten wir aufgrund einer militärischen Übung den westlichsten Bereich der Britannien enttäuschenderweise meiden. Das wollen wir nun nachholen. Dachten wir zumindest. Nun ja, es sollte mal wieder anders kommen. Doch dazu später mehr. Den damaligen Flug, genau in dieser Region von La Rochelle nach Lagnon, habe ich hier noch einmal verlinkt. So ist also die eine in 2022 verpasste Chance, also die Stadt Saint-Malo. Auch hier war ich früher schon mal mit dem Wohnmobil, aber dass Saint-Malo eine solch überragend schöne Altstadt hat, das wusste ich nicht. Also setzen wir Burkhards Idee um und fliegen in die bedeutendste Hafenstadt an der bretonischen Nordküste, die wir letztes Jahr nur von Weitem gesehen hatten. Die Stadt ist aufgrund ihres originalgetreu wiederaufgebauten historischen Stadtkerns sowie ihrer Festungsanlagen eine der meistbesuchten Städte Frankreichs. Schauen wir zu Beginn wie immer auf die geografischen Gegebenheiten. Wir starten wie immer in der Eifel, fliegen quer durch Luxemburg und nehmen dann Kurs auf Amiens. Das ist ein kontrollierter regionaler Airport, der ein prima Sprungbrett für die Normandie und die Bretagne ist und der laut Beschreibung eine BP-Tankstelle hat. Das wollen wir heute mal ausprobieren. Anderthalb Stunden später, nach einem erfolgreichen Tankvorgang und einigen Gesprächen mit ein paar netten Franzosen am Platz, geht's dann weiter zum eigentlichen Ziel. Die Strecke zieht sich, ganz generell, weil landschaftlich nicht so interessant und auch, weil wir etwas Wind auf der Nase haben. Erst nach zwei Stunden wird es wieder interessant, als wir am Mont Saint-Michel vorbeikommen. Kurz danach müssen wir uns dann auf unsere Landung in Saint-Malo konzentrieren. Dabei haben wir einen tollen Blick auf die Stadt, sowie den Hafen und die Bucht. Und hier komme ich nun auf die zweite verpasste Chance zu sprechen, denn unser Plan war eigentlich, auch die Insel Ursan zu besuchen. Sie liegt auf dem Längengrad von Cornwall und Gibraltar und ist damit der westlichste Zipfel, den ich ohne Berücksichtigung der britischen Inseln oder Spanien erreichen kann. Aber der Wettergott lässt uns schmählich im Stich. Die Insel hängt tagelang unter einer dichten Seenebelwand. Keine Chance, dorthin zu gelangen. Wir müssen uns zwangsläufig ein anderes Ziel suchen, das wir aber in der Stadt Rhin auch finden. Aber vorher genießen wir noch einen der schönsten Abflüge, an die ich mich erinnern kann. Die Route über die Bucht von Saint-Malo ist einfach großartig. Der Blick auf die Altstadt entschädigt für den, wie soll ich sagen, kurz vor unverschämt hoch liegenden Preis für das Hotelzimmer. Der Tower genehmigt uns den Abflug genau so, wie wir ihn geplant haben. Der Flug nach Rhin ist insofern etwas Besonderes, als er uns an Paris vorbeiführt. Die Pariser Lufträume sind immer auch eine Herausforderung. Aber dafür bekommt man einen schönen Blick auf Montmartre und den Eiffelturm. Danach geht's weiter nach Idar-Oberstein, deutschlandweit bekannt wegen seiner herausragenden Küche. Wer das noch nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Eine dreiviertel Stunde später sind wir wieder daheim. Lange Information, guten Morgen, D-Mark-Eco, Mike-Sulu. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, Lange Information, guten Morgen, V-HR Flugplan nach Lima, Foxtrot, Alpha, Quebec. Positiv, jawoll, D-Mark-Eco, Mike-Sulu. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, Räder Contact, 1600 Fuß angezeigt, Squawk 4451, QNH 1023. Der Squawk 4451, QNH 1023 und 1600 durchstiegen, jetzt 1700 und ja, vielen Dank fürs Öffnen des Flugplans. Bei mir wären es 59, ich sag mal, es kommt auf eine Minute, nicht drauf an. Es ist also, ich öffne 0659. Wunderbar, Dankeschön. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, D-Mark-Eco, Mike-Sulu, D-Mark-Eco, Mike-Sulu, D-Mark-Eco, Mike-Sulu, type of aircraft is Foxtrot, D-Charlie, Tango. D-Mark-Eco, two people, VFR with flight plans from ECO-Delta Romeo-Eco to Lima, Foxtrot, Alpha, Quebec. Current position is 10 miles west of Lima, Foxtrot, Golf Sierra in 4500 feet for flight information, please. D-Charlie, ich vous rappelle. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, copy the squawk 7020. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, squawk 7020. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, I didn't understand, can you change into English? D-Mark-Eco, you can learn if you want. D-Mark-Eco, very good. Thank you very much for this information. We are at Charlie Tango with two people coming from ECO-Delta Romeo-Eco, five minutes south of your airfield. Next report, Sierra Alpha. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, in front of the road for the road 26. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, turning, phase 26. Steps for the road 26. D-Mark-Eco, Mike-Sulu, in the final road 26. Beim Anflug auf Amiens meldet sich wiedererwartender Tower nicht. Merkwürdig. Ein kontrollierter Platz am Sonntag? Ich muss zugeben, auch nach etlichen Jahren Frankreich-Erfahrung bin ich leicht irritiert. Haben wir die falsche Frequenz? Nein, schon zweimal gecheckt auf verschiedenen Geräten. Die Frequenz stimmt. Aber es könnte natürlich sein, dass es so ist wie in St. Etienne. Auch das ist ein kontrollierter Platz. Auch dort lande ich ohne Towerbesetzung. Dann hören wir Franzosen erzählen. Aber keinerlei flugrelevante Informationen. So viel Französisch verstehe ich. Nach mehrfachen Fragen, ob wir landen dürfen, meldet sich dann, wie wir gerade gehört haben, plötzlich doch noch eine Stimme in Englisch. Im Grunde war ich hier wie ein Deutscher in Frankreich unterwegs. Also an der Grenze zur Überkorrektheit. Aber ich kann nur feststellen, wir sind hier in Frankreich. Da gehen die fliegerischen Uhren eben doch an der einen oder anderen Stelle etwas anders. Man kann also in Frankreich seine deutschen Bedenken in aller Ruhe hinten anstellen und auch ohne Tower auf einem kontrollierten Platz landen. Allerdings unter zwei Voraussetzungen. Ein paar Brocken rudimentäres Französisch ist extrem hilfreich. Zumindest sollte man die Funksprüche für Start und Landung beherrschen. Und zweitens, man hat sich in der AIP vergewissert, dass der jeweilige Airport auch für UL zugelassen ist. Es gibt in Frankreich nämlich auch Plätze, auf denen UL verboten sind. Zum Beispiel Cannes in der Provence. Auf jeden Fall klappt das Tanken sehr gut. Bis vor ein paar Jahren ging in Frankreich ohne eine Karte der Firma total nichts. Ich mache aber auf immer mehr Airports die Erfahrung, dass ich mit meiner BP-Card bestens klarkomme. So also auch hier in Amiens. Der Platz hat die Prüfung bestanden. tienen während der Bedenken. Volter Airport, Delta Mic Ecomi Zulu. Taxi von der Scout station zum Taxiholding Point Bravo runway 108. Geroul-Dirk-Piste 08. Da kommt nichts, da hinten kommt auch nichts. Ich höre nichts. Delta-Mageco Maxulu, take off, runway 06, decollage 0, oui. Wir sind nun inzwischen etwa 20 Minuten vor Saint-Malo. Noch einmal, wie auch schon im letzten Jahr, bestaunen wir die ehemalige Abtei der Benediktiner Mont Saint-Michel aus dem 8. Jahrhundert. Die Insel und alle Gebäude darauf sind seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe und werden pro Jahr von etwa 3,5 Millionen Menschen besucht. Aber wir haben heute leider keine Zeit dafür. Wir müssen uns nun auf die Landung in Saint-Malo vorbereiten. Ich habe hier im Video jetzt den kompletten Funkverkehr für den gesamten Anflug sowie die Landung ungekürzt belassen. Nur die Sprechpausen habe ich entfernt. Delta-Mageco Maxulu, eine Request. Wir haben noch 10 Minuten nach St-Malo. Wir müssen uns auf die St-Malo-Tour verändern? Es wird die St-Malo-Tour auf Delta-Mageco Maxulu und ich habe sie zurückgezogen. Ich habe sie zurückgezogen, ich habe sie mit ihnen zu移ern, aber ich habe sie zurückgezogen. Es wird die Frechtheit 120, decimale 150. So ist es, wenn ich die Zeit, vielleicht habe ich den Traffekt. Delta-Mageco Maxulu, roger. Delta-Mageco Maxulu. Delta-Mageco Maxulu. Ich habe es mit der Frechtheit 120, decimale 150. Kồng Mageco Maxulu. Okay wir werden von der Fahrt 120, decimale 150. Danke! Bye bye! Das ist falsch! Genau! 120... 150... Blockfall? Ja! Genau! Femalow Tower, good day and bonjour, Delta Mike Eco Mike Zulu, Dinar Tower, bonjour. Delta Mike Eco Mike Zulu, type of aircraft is Foxtrot Delta Charlie Tango, POV2 VFA from Lima Foxtrot Alpha Quebec. Front position is 10 miles east of reporting point Lima Papa Delta for landing please. Delta Mike Zulu, squawk 7030 and report Lima Papa Delta. Delta Mike Eco Mike Zulu, squawk 7030 and next report Lima Papa Delta. PA Delta. VF135, you are clear for takeoff wind 360 degrees, 806. VF335, good luck. So I stand this here actually again. We can just wait for. From Feuzratschef, right. Where is he? In the half. Machen wir uns nun mit dem Anflug vertraut, am besten mit der VFR-Anflugkarte. Hier etwa befinden wir uns derzeit. Die rot gestrichelte Linie ist die Kontrollzone. Die Freigabe für den Anflug auf den Pflichtmeldepunkt Lima-Papa-Delta haben wir ja bereits erhalten. Wir setzen also den Anflug auf Lima-Papa-Delta fort. Und wie wir jetzt gleich sehen werden, geht es danach mit dem Standard-Anflugverfahren für die Rechtsplatzrunde auf die Piste 3-5 weiter. Das heißt, rechter Gegenanflug, rechter Queranflug und schließlich Endanflug. Ein Blick auf das Airport-Chart zeigt, wo wir höchstwahrscheinlich parken müssen. Nämlich genau hier. Der nächstgelegene Taxiway liegt also kurz hinter der Intersection der Piste 3-0. Das wiederum heißt, ich werde kurz vor dem Kreuzungspunkt der beiden Pisten aufsetzen. Ich schaue mir neue Flugplätze vorher immer auch bei Google Earth an. Oft bekommt man zusätzliche Hinweise, selbst wenn die Aufnahmen nicht aktuell sind. In diesem Fall erkennt man, dass die Parkfläche für die allgemeine Luftfahrt sehr wahrscheinlich eine Grasfläche in unmittelbarer Nähe zum Tower ist. Und der Eingang scheint genau hier zu sein. Nun sind wir hoffentlich gut vorbereitet und finden uns gleich auf Anhieb zurecht. Der Platz muss ja hinter dem Wasser sein, ne? Ja, genau. Da, wo links das helle Feld da ist. Ja. Versuchen, ob du die ankriegst. Nimm auf. Ja, wunderbar. Das ist auch nicht zu heiß zu sein. Ja. Du bist ein Prozess, der Rappel, der Degasier, in Golf. Wir sind auf der Fokse, wir sind aus dem Kaffrelle. Fokse mit Rennes, 26.95 Uhr, bis jetzt. 26.95 Uhr, bis jetzt. Fokse. Ja, Fotos, hey. Stimmt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 DMS, turning, final, 3-5. DMS, runway 35, you are cleared to land, wind 030 degrees, 10 knots. DMS, runway 35, geht to land. Klappen noch? Ja. DMS, fangen, eine große Flieger, ist das? Ja, ich komme mal. Uniforme Yonky, bonjour. Uniforme Yonky, Dénard, bonjour. 7 Golf Uniform Yankee, 1 DR400, Rennes, Rennes, RECO DELTA pour un transit côtier jusqu'au Cap Freel, 1500 pieds. Uniform Yankee reçu 70.30 pour le Transponder, KLH 1023, le transit est approuvé, rappelé au Cap Freel. Uniform Yankee, le transit est approuvé, 1023, 1500 pieds, je rappelle au Cap Freel, salut Karine. Salut Xavier. Uniform Yankee. 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 entsteht aus dem bestehenden römischen Hafen so etwas wie eine Stadt. Sie war einst eine Hochburg für Freibeuter, eine Art vom König höchstpersönlich gebilligtes Piratennest. 1944 wurde Samalo von einer deutschen Garnison besetzt, später von den Alliierten bombardiert und zum größten Teil zerstört. Die Festung wurde schwer beschädigt und alle Unterkünfte des Forst dem Erdboden gleichgemacht. Doch inzwischen ist das ursprüngliche Stadtbild nahezu vollständig wiederhergestellt. Heute beeindrucken die aus Granit der Küste gemeißelten grauen Häuser mit einem fantastischen historischen Zentrum, einer gigantischen Festungsanlage und dem bedeutendsten bretonischen Hafen. Äußerst bemerkenswert sind auch die Gezeitenunterschiede von bis zu zwölf Metern, welche die größten in Europa sind und deshalb schon im Jahre 1966 zum Bau eines Gezeitenkraftwerks geführt haben. Wir konnten es ja eben aus der Luft schon sehen. Und nicht zuletzt die schönen Sandstrände und jede Menge bretonische Seefahrerromantik machten die Festungsstadt zu einem der meistbesuchten Touristenorte in Frankreich. Unser erstes Top gehört dem Laplace Chateaubriand. Das klingt wie ein guter Wein, nicht wahr? Und genau so fühlt es sich auch an. Ein belebter Platz mit typisch französischem Flair. Hier reihen sich Bars, Restaurants und Hotels aneinander. Die einzige Qual, die wir im Moment verspüren, ist die Qual der Wahl. Wo setzen wir uns denn nun zuerst hin? Ein echtes Highlight sind die Stadtmauern von Saint-Malo. Man kann etwa zwei Kilometer auf der alten Stadtmauer entlang gehen und dabei viele weitere spannende Sehenswürdigkeiten bestaunen. Westlich der Altstadt, am Fuße der Stadtmauer, gelangt man an den Strand Bon Secours mit seinen Freizeitangeboten. Im Moment herrscht Flut, da sind die beiden Inseln Petit B et Grand B nur noch schwimmend zu erreichen. Bei Ebbe jedoch trocknet der Sand bis zu den Inseln komplett ab. Wir lassen uns in einem der gut besetzten Bistros zu einem Getränk nieder und genießen eine Zeit lang den Blick in den Sonnenuntergang über dem Atlantik und das touristische Treiben um uns herum. Das Fort National, die große Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert, die hier gerade von der Flut umspült wird, war früher ein Schutz vor allem gegen die Briten. Der Höhepunkt unseres Rundgangs ist auf jeden Fall der Chemin de Ronde, der Wehrgang auf dem Befestigungswall. Auf diesen Mauern standen einst die Wachen der Stadt und hielten Ausschau nach feindlichen Schiffen. Hier ist es in jeder Bar, in jedem Bistro gleich einladend und es fällt uns schwer zu entscheiden, wo wir den nun nahenden Sonnenuntergang am liebsten genießen wollen. Wir tingeln also von einem Bistro zum nächsten und genießen den Abend, wie man so schön sagt, wie Gott in Frankreich. Untertitelung des ZDF, 2020